Fragen wir nach bei unserer US-Expertin Sandra Navidi. Schönen guten Tag nach New York. Wir haben ja schon von einer Woche gesprochen. Seitdem ist klar geworden, Biden will weitermachen. Führende demokratische Gouverneure haben ihm das Vertrauen ausgesprochen. Jetzt aber diese Berichte, dass es keine Abendtermine mehr geben soll, das schwächt ihn ja weiter. Glauben Sie, dass er sich vielleicht doch noch zurückzieht? Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Präsident Biden ist angezählt und hinter den Kulissen formiert sich der Widerstand. In den letzten Tagen ist ihm nicht gelungen, sich zu rehabilitieren. Und dieses Verhalten gibt natürlich den Republikanern Material an die Hand, dass sie gnadenlos für ihren Wahlkampf ausschlachten können. Dementsprechend verschlechtern sich die Umfragen weiter dramatisch. Was ich hier selbst vor Ort mitbekomme von Demokraten und vor allen Dingen auch von Parteispendern, ist, dass auch diejenigen, die sich ursprünglich hinter ihn gestellt haben, auch nach der Debatte immer größere Zweifel bekommen. Und was sich jetzt für mich als eines der vielversprechendsten Szenarien auftut, obwohl sie eigentlich nicht meine Favoritin ist, wäre, wenn Präsident Biden vorzeitig als Präsident noch im Amt zurücktreten würde, Kamala Harris von der Vizepräsidentin zur Präsidentin aufsteigen würde, dann hätte sie bessere Startchancen, auch statistisch. Sie könnte rechtlich auf die Spenden, die ihm zugekommen waren, zugreifen. Und man muss davon ausgehen, dass sie in der Vergangenheit hoffentlich im Amt auch gelernt hat und ihre Schwachstellen wie vor allen Dingen ihre rhetorischen und ihre Fähigkeit mit den Wählern zu connecten ausmerzen konnte. Und man darf auch nicht vergessen, dass sie als Schwarze und als Frau als Minderheit schwer zu übergehen wäre. Wenn man jetzt auf einen vielleicht vielversprechenderen Kandidaten-Gouverneur aus einem anderen Staat zugreifen würde, dann würde das einen Aufschweib bringen. Und zuletzt noch der Punkt, dass sie ja auch in Kalifornien eine sehr erfolgreiche Generalstaatsanwältin war. Und wenn wir auf der einen Seite einen verurteilten Verbrecher hätten und auf der anderen eine Staatsanwältin, die auch rhetorisch stark sein kann in so einem Gefecht, dann wäre das vielleicht nicht das schlechteste Szenario. Schauen wir mal auf die wirtschaftliche Bilanz von Joe Biden. Sollte er weitermachen, ist das natürlich auch wichtig inhaltlich, wie es da weitergeht. Ist die denn so schlecht, wie Donald Trump behauptet? Nein, die Wirtschaft floriert. Wir sehen Erfolg, wir sehen Höchststände der Beschäftigung. Wir sehen Rekordhochs an der Börse, Rekordhochs von Unternehmensprofiten. Wir sehen, dass sich Unternehmenslenker in der Industrie und der Wall Street hinter ihn stellen. Wenn sie geben oder zumindest bis jetzt, sie geben ihm Bestnoten für diese Performance. Und auf der anderen Seite steht ein Donald Trump und die Republikaner, die die Demokratie abschaffen wollen. Ein Supreme Court, der alles durchgehen lässt. Ein Donald Trump, der die Einkommensteuer abschaffen möchte. Und das, was er dadurch einnehmen würde, durch Zölle bis zu 200 Prozent aus China und Höchstzöllen auch gegenüber anderen Ländern wie Europa ausmerzen möchte. Das heißt, es sind extreme Szenarien, die sich da gegenüberstehen. Und deswegen haben jetzt auch 16 Nobelpreisträger, Wirtschafts-Nobelpreisträger ganz stark vor einer neuen Trump-Administration gewandt. Also Bidens Ergebnis lässt sich sehen. Der Grund, warum viele Wähler das nicht so wahrnehmen, ist, dass sie für sie sind diese abstrakten Wirtschaftsindikatoren. Das ist abstrakt, was sie im täglichen Leben merken, ist die Inflation, die Teuerung. Und ganz wichtig nochmal auch klarzumachen, Inflation sinkt. Aber das heißt nur, dass die Preissteigerung langsamer verläuft. Das heißt nicht, dass die Preise sinken. Und die sind extrem hoch, immer noch für Lebensmittel, Energie, Miete und Hypotheken. Und das tut ihm weh. Und da erinnern Sie sich an Donald Trump, dass es ein globales Phänomen ist, diese Inflation. Interessiert Sie da weniger leider. Sagt Sanon Avedi. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einordnung. Sehr gerne. Danke.